Seh ich, was passiert hier gerade? Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's schon wieder los. Aber jetzt geht's erst mal in Mannheim. Mannheim. Zum Süd-Süd fest. Ja. Es fliegt zu früh. Keine Ahnung, wir fahren jetzt gleich los. Jetzt ist alles drin, was wir brauchen. Du musst noch rein da. Ja, stark. Deinen Aufgabenbereich mal kurz erklären, was eigentlich deine Aufgabe ist. Ja, also ich bin eigentlich nur dafür, Plätze im Bus zu belegen. Also Sitzplätze. Entschuldigung. Nee, Licht. Licht mache ich. So blinken, Lampen und so. Und Strobo und so, dass die da schön epileptisch noch auf der Bühne bekommen. Das mache ich. Das machst du auch sehr, sehr gut. Man sollte sich ja nicht selber loben, so nicht? Ja, da war aber gerade eben im Auto eine andere Situation. Und Tag vorm Abend nicht loben, nicht? Ja, ja, so. Was ist denn so dein Aufgabenbereich, dass die Leute auch mal verstehen, was ihr so macht? Laut machen. Laut. Das muss knallen. Das sollte im besten Fall knallen. Und man sollte verstehen, was die Jungs so da zu besprechen haben auf der Bühne. Danke, Henley. So, Touchdown. Noch nicht. Touchdown ist, wenn die Schein sehr leer ist. Ich habe ein bisschen die verpasst. Es gab kleine Schlägerei. Der eine so. Ich so. Dann der so. Alles gut. Alles wieder geklärt. Genau ab jetzt bin ich wichtig. Hey. 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 Soundcheck. Aber der Sound ist weg. Weil ich hab noch keinen. Reinsteck. Was geht ab? Hallo, Mannheim. Hey. Direkt wird man gefilmt. Ja. Hallo, Junge. So. Süd-Süd-Festival heute. Freuen wir uns drauf. Wird schön. Alle Freunde sehen wir. Da sind wir einmal nicht da bei euch im Auto und da liegt hier Müll rum. Da fahren wir einmal nicht im Auto mit. Aber warum riecht ihr nicht nach Gras? Das ist nicht unsere Grund. Das hat einfach niemand gekippt. Es hat niemand gekippt. Was? Enttäuschend. Mach die Scheiße zu. Ey, was schreckt ihr so rum? Ja. Unnütch. Ich will sagen wie Nein, Bro. Weil der hat immer schön Hair, Bro. Sind wir da jetzt? Ja. Warte, wir machen jetzt ernst. Von Anfang an mit Null. Alles so. Ich merke schon nichts mehr. Was? Bitrige Bedingungen. Nein, nein. Jetzt ist okay. Jetzt ist okay? Wir haben ausgeglichen. Wir haben doch Wasser bei der App drangehalten. Ja, komm, bitte. Nein! Was? Ich wollte den Schlesien gehen. Was schick dir? Scheiße meins drauf. Ja, danke. In den Strafraum direkt drinne. Sag ihnen das mal mit Nelly. Und das Eigentor, was auch wirklich eigentlich stattführt, was ich fast sagen würde. Lass mal aufhören. Meine Freundin Nelly. Ich will natürlich ein Tor machen. Boah, Tor! Ich hab so gewonnen! War schon ein Problem. Aber am Anfang war unnormal nervig. Ich hab noch einen Druck von deinem Maschin zurückgezugsang. Pac kalium, gesammelt! Ja! Ganz schön! Und was passt mit Courtney? O, boah, lieber dich. Jamie, guck und alles hier mit. Es ist gerade Fanischer Scheiss. Was. Ja, denn du kannst dir das nicht inches subjekt? Und das packs man hier mal verleicht. Der MannIfsch Unidos zeigt, wie immer auf der Show bzw. auf der Bühne. Bei der Show. Ist man wirklich während man etwas tut dabei oder realisiert man es erst später? Vertreten wir die Meta-Ebene des Daseins in dem Moment oder in dem Moment danach? Oh nein, wir nehmen kein LSD für unsere Chance. Jetzt habe ich mich einfach gerade gefragt, weil ich selber realisiere total oft erst später, was ich eigentlich erlebt habe. Das Pack haben die anderen mir schon abgenommen. So eine Scheiße. Ich brauche mein Pack wieder. Aber ja, also, denkt nicht, das ist zu crazy. Vielleicht könnt ihr ja da was reininterpretieren. Vielleicht auch nicht. Vielleicht labere ich auch einfach eine Scheiße. Ich brauche mein Pack. Ey, ich habe einen Satz an, dass ich mich nicht mit الجeischt bin, ich will nicht mit this fucking top. Ey, 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 ey. Untertitelung im Auftrag des Cheahle Wir sind eingegartig, vergesst das nicht, wir lieben euch. Wir sind ein richtiges Kampf. Audrey Kimo! Audrey Kimo! Audrey Kimo! Audrey Kimo! Audrey Kimo! Fuh, Vater Frank! Fuh, Vater Frank! Fuh, Vater Frank! Fuh, Vater Frank! Bruder, was ging das bei 180? Ich war auch mies Gendalot, Alter. Ich bin ausgelaugt, das kann ich gleich ausbringen. Bruder, nur Liebe. Nur Liebe, Bruder. Ja, komm. Ja, wir haben einen. Süd-Süd, Alter. Tschüss, A. Das war voll ekelhaft. Ja, Junge, wie wir das Fortnite-Spiel-Koros für Schwitzer. Ihr habt alles gegeben. Ich hab euren Schweiß an meinem Tanktop Mannheim. Ihr wart wirklich krass. Das war unglaublich geil. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns auf Tour. Vielleicht kommt ihr auch nach Frankfurt. Haut rein. Shades Blue! Alles klar, Bro? Mhm, mhm. Wo geht's hin? Sag mal kurz schnell. Heilbronn. Echt überrascht. Der hat unsere Pläne jetzt nochmal ein bisschen umgeworfen. Weil ich glaub, diese Tuch-Guardi und ich sind mies begeistert davon. Was sagt Flavio? Wir rauchen... Ich verstehe immer Fyodor. Das kann ja nicht sein. Wir rauchen Fyodor. Nee, komm. Kann mich da mal einer aufklären in den Kommentaren? Wirklich. Top-Ware. A-Ware. Keine B-Ware, einfach B-Ware. Na, Leute. Uns ist aufgefallen, ihr habt wirklich drauf gehört und mein Freund und Bruder Lugardi oft darauf hingewiesen, dass er jetzt zu spät kommen soll. Hat leider nichts gebracht. Außer, dass er sich mies abfuckt. Weil, wie ihr seht, bringt's eh nix. Er kommt trotzdem zu spät. Ist aber dann nur schlecht gelaunt. Bye-bye. Und das wollen wir alle nicht. Bringt nix. Wir sind heute in Heilbronn beim Mobilart Club. Hier waren wir schon irgendwie so 35 Mal gefühlt, Alter. Erste Amtshandlung, alles voll taggen. Zweite Amtshandlung, gleich mal Soundtrack. Und dann was essen auf jeden Fall. Und ja, seit gestern bin ich auch zigarettenabhängig. Deswegen gib mal eine. Aber ja, ich hab eine Menge Hunger. Und heute mach'n Turn-Up. Sag doch auch mal was dazu. Das ist nicht mein Bild, das da drin. Und? Ja, wie und? Wie war die Fahrt für dich? Ja, war toll. Es hat ganz viel Platz vorne. Geil. Ich auch. Ich hab'n Rückenkissen und sowas alles. Stark, cool. Ich weiß halt nicht, ob's jetzt wirklich Schinken ist oder... Sag mal, beißt mal rein, sag mal. Das ist Salami, Bruder. Ja. Das ist Salami hier. Das ist überall satte Salami, dicker. Wenn du jetzt die Kamera fallen lässt, dann saufen wir uns. Ja, saufen wir uns. Able isst. Das war gescheit. Able isst, Gott sei Dank. Alter, der hat's einfach gemacht, Alter. Und wenn du's nicht getan hättest, dann hätten wir's ernst gemacht. Ernst? Nein, nein. Schlau. Dein Handy klingelt. Ich will das jetzt als Klingelton machen. Könnt ihr uns erklären, wie man einen Klingelton machen kann? Bei iPhone. Klingeltöne. Heißt die App. Junge, Alter. Wir sind so krass, Flo. Ja, Luca, keine Ahnung. Ja, wir trinken den alle in Alt. Das ist jetzt Challenge. Wir trinken den ganzen Staub aus unseren Fußmatten aus dem Auto. Wo man, gemischt mit wir, Challenge bestanden, oder? Mega witzig. Mega witzig. Mega witzig. Wie geht es Ihnen? Gut, gut. Die Frequenzen sind ganz sauber hier in Heilbronn. Das ist ein wahres Fest. Das ist total geil, bis das hier noch patch werden. Ja, hab ich mir schon gedacht. Also patchen ist ja auch sehr wichtig dann. Ja, Flo, willst du noch irgendwas zu essen, bevor ich dich da jetzt einmauern? Soll man dir so eine Pipi-Flasche auch da hinstellen? Das wäre ganz geil. Ist eigentlich entspannt. Also bleibst du jetzt bis 10 Uhr da stehen? Ja, ist sicherer. Und nach irgendeinem Stress kommst du hier nicht ordentlich raus und so. Lieber so rum. Verstehe ich. Ist ja auch recht bekühlt. Ich meine, ich habe ja alles, was ich brauche. Muss man auch so sehen. Ich mache meine In-Ears sauber, weil das sollte man regelmäßig tun. Weil sonst ist man ein ekliger Wichser. Ja, der gibt zu viel noch und fühlt, aber ein Schwerfler. Ist du dann dabei? Können wir malen? Welcome to Sancho. So, wir singen jetzt hier ein bisschen Pipi. Auf die Show. Für meinen besten Tonmann der Helden. Cheers. Hier. Eine neiste Show. Heilbronn. Mobilat. Die Weltshow. Let's fucking go. Ja, das ist nur für den Rekord. Scheiße. Alter. Was ist das denn für ein Malheur? Sorry. Wie crystals für ein Malheur? Yes. Wie zum Beispiel. Vater. Ich bin nicht ein paar Malheur und ich bin an mir mal. Nein. Also, ich bin nicht älter. Ich bin nicht ein paar Malheur. Ich bin nicht ein paar Malheur. Ja, ich bin nicht ein paar Malheur. ARD Text im Auftrag von Funk